Neben mir Heinz-Christian Strache, seines Zeichens FPÖ-Chef. Wie sehen Sie das heutige Ergebnis? Mit einer unglaublich großen Freude und Dankbarkeit gegenüber den Österreicherinnen und Österreichern, die dem Norbert Hofer so ein unglaublich großes Vertrauen entgegengebracht haben. Da bin ich auch schon beim herzlichen Gratulieren dem Norbert Hofer als Kandidaten, weil seine Persönlichkeit, die Art und Weise, die Ehrlichkeit, die Glaubwürdigkeit, auch das Amtsverständnis, nämlich direkte Demokratie, verbindliche Volksabstimmungen einzufordern, auch ein Kontrollorgan gegenüber einer Regierung zu sein, die laufend Gesetze gebrochen hat, wo man ja nicht datenlos zusehen darf. Ich glaube, das hat heute eine klare Stärkung erfahren, erst zwischenzeitbester. Wenn man so will, ist eine neue Mitte in der Gesellschaft, auch rund um Norbert Hofer, sichtbar geworden. Und das kann man so bezeichnen, dass das eine völlig neue politische Zeitenwende, demokratiepolitisch ist, die da eingeleitet worden ist. Da ist Geschichte geschrieben worden und ich wünsche ihm, dass er Bundespräsident wird. Ja, ich bin davon überzeugt, er wird der nächste Bundespräsident. Worauf, glauben Sie, ist das zurückzuführen, dass er so sympathisch für die Bevölkerung geworden ist? Naja, ich glaube, dass wir erlebt haben, dass gerade in den letzten Monaten, seit dem letzten Sommer, aber immer mit einer weiteren Zuspitzung, diese Bundesregierung viele Notstandssituationen selbst verursacht hat. Im letzten Sommer weggehend mit Gesetzesbruch, einem Notstand mit über einer Million Menschen, die man rechtswidrig nach Österreich hereingelassen hat, ohne Passkontrollen, ohne Registrierungen. Notstandssituationen im Bereich einer Rekordarbeitslosigkeit oder einer Wirtschaftsflaute, auch im Bereich der Bildungspolitik. Und dass man hier ein permanentes Versagen einer Regierung erlebt, wo die Menschen zu Recht unzufrieden sind und auch einen Bundespräsidenten erwarten, der hier sagt, bitte, ihr habt die Interessen der Österreicher ernst zu nehmen und ihr habt auch die direkte Demokratie zu leben. Ihr könnt doch nicht Titi Puntzetter am Parlament vorbei beschließen, wie das offenbar der Herr Mitterlehner vorhat. Das heißt, da gibt es dann auch mit Hofer einen zukünftigen Bundespräsidenten, der sagt, da schaue ich nicht zu. Da werde ich bei diesem Staatsvertrag die Unterschrift verweigern und auf eine verbindliche Volksherbstimmung bestehen. Und das ist gut so. Und ich glaube, genau das wünschen sich die Menschen. Während Van der Bellen ja gespalten hat. Der hat sogar gesagt, er würde nicht einmal absolute Mehrheiten demokratiepolitisch akzeptieren und würde nicht einmal dann eine FPÖ in der Regierung angeloben. Also das ist antidemokratisch und sowas wollen wir in dieser Zeit nicht mehr erleben. Antidemokratisch ist ein Thema. Man wirft der FPÖ immer vor, faschistisch zu sein von gewissen Seiten. Wie sehen Sie eigentlich die aktuelle Situation? Und werden Sie für die kommenden Nationalratswahlen, wann auch immer die sein werden, die Partei entsprechend jetzt anders aufstellen? Das ist ein hauptsächlich der Unsinn. Wir sind leidenschaftliche Antifaschisten. Wir sind leidenschaftliche, freiheitsliebende Demokraten, die gegen jede Form von Faschismus auftreten. Die neue Form des Faschismus ist ja heute eine Islamisierung, die wir erleben. Wo heute die politischen Mitbewerber schweigen und wegsehen, wenn es da eine Entwicklung gibt, die dramatisch ist. Aber jetzt müssen wir leider Gottes unterbrechen, weil gerade der Innenminister da ist. Ich sehe schon. Danke vielmals für das Gespräch. Danke. Gratulation. Danke. 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 Danke.